Hallo meine lieben Freunde und Willkommen zu Slyther I.O. Also das ist sowas wie Agario. Wir geben jetzt mal Kaka ein und dann spielen wir mal. So und das ist so ein kleiner Wurm, wir müssen diese kleinen Dinger reinfressen sozusagen und werden dann immer größer. Ich weiß jetzt zwar noch nicht wie man Speed macht, das ist... Oh, wo hat das denn? Oh, nein! Alter, nein, schon wieder so ein fetter. Was wollen wir uns noch? So, oh, da hinten ist so ein fettes Teil. So, oh, wir sind jetzt schon richtig fett. Oh! Ah, da sind wir gestoppt. Oh, wir nennen uns mal Snake. Wer englisch kann, weiß, was das heißt und zwar Schwanne. Ich würde mal gerne wissen, wie man den Boost macht. Ah, okay, mit Sch... Links mit der Taste O. Oh, das sind ja nur fette Dinger. So, oh, ja. Ich weiß jetzt... Guck mal, der hat Deutschland. Ich glaube, ich bin den noch so viel zu klein oder so. Auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt gleich einen sehen, dann fressen wir... Oh, scheiße, ist der fit. Alter, ist der fit. Okay, wir gehen jetzt... Ah, guck mal, da ist ein Kumpel, den wir fressen können. Nein. Was? Okay, ich verstehe das Spiel zweimal noch nicht. Achso. Oh, jetzt habe ich es verstanden. Oh, nein, bitte. Nein. Nein. Oh. Oh. ich bin übelnd schlecht in diesem Spiel, ich habe das auch ca. einmal vorgespielt und das Ding liegt nass auf, dass wir hier haben. oh geil, hier ist ja eine gestorben, ok hol ich ihn. nice, aah, oh fuck ist der fett. also dann wird die ganze Zeit die kleinen Teile. oh guck mal sind die viele die kleinen. ja guck mal. so und da haben wir einen auch schon gut gemacht. zum glück. oh nein, ja komm fallen nicht rein. oh das ist gut. oh fuck ist der fett. oh nein, schnell weg. ich bin ja so übelnd groß. oh geil, okay. oh nein, oh ist der fett, oh ist der fett. oh, guck mal. oh, oh. Oh! Kollege. Alter Stefan. Nein! Wie dumm kann man sein? War so gut. Äh... Äh, gleich kommt... Äh, noch irgendwas anderes. Keine Ahnung, was. Dom hat seine Vorteile. Ich versuche jetzt einfach irgendeinen zu slingen. Ja komm. Ich glaube, der denkt, das wäre Agario. Ich glaube, wir machen... Ich nehme jetzt gleich noch eine Folge Agario auf. Und dann machen wir mal sozusagen einen Vergleich. Warte mal, wir stellen uns... ... 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